Ferat Kocak, dieser gute Mann hier, ein linken Politiker aus Berlin, er sitzt im Berliner Abgeordnetenhaus, er verbreitet Lügen, Fake News, Desinformationen auf der Plattform exformals Twitter über diesen Fall. Vergangenen Donnerstag gab es in Bad Belzig, das liegt in Brandenburg, einen Angriff auf diesen Mann. Er schreibt, rassistischer Angriff von Neonazis in Brandenburg. Eine Person aus Kamerun wurde spät in der letzten Nacht von Nazis in Brandenburg, genauer gesagt am Bahnhof von Bad Belzig, überfallen. Er befindet sich derzeit auf der Intensivstation der Notaufnahme. Via Telegram von AktivistInnen von Women in Exile. Als erstes möchte ich sagen, es gibt, meines Wissens nach, keine Intensivstation in einer Notaufnahme. Das ist der erste Punkt. Dann ist die Frage, warum diese Information über eine Telegram-Gruppe von Women in Exile, wie auch immer das genau sein soll, kommt und nicht etwa durch irgendwelche Zeitungs-, Medienportale oder möglicherweise sogar die Polizei, die ja anscheinend irgendwie in diese Geschichte involviert gewesen sein sollen. Am nächsten Tag folgt seine Ergänzung. Der von Neonazis schwerverletzte Herr Pasto ist aus der Intensivstation raus. Also die Intensivstation der Notaufnahme. Polizei aus Bad Belzig in Brandenburg vermeldet indes, dass es nicht bestätigt ist, dass es Neonazis waren. Die Presse übernimmt diese Aussage und Betroffene müssen wie schon immer darum kämpfen, dass ein rassistischer Angriff auch als solches anerkannt wird. Wir erinnern uns an Dilan oder auch an Mete Exi. Dilan, das war eine 17-jährige Mädel, die in der S-Bahn eine Gruppe von Betrunkenen angepöbelt und beleidigt hat und im Anschluss von diesen körperlich angegangen wurde. Die Black Community bittet um Mobilisierung nach Bad Belzig. Protest wird angekündigt. Dazu dann dieses Bild, das soll der mutmaßliche Herr Pasto sein. Eine Ergänzung noch von Herrn Kocak, dann kommen wir zum Pressebericht und ihr. Wir erfahren zusammen, was dort tatsächlich vor Ort vorgefallen ist. Ergänzung, dass die Presse der Polizei in Hamburg glaubt und ich der Black Community, vermutlich meint er nicht der Black Community, ist eine Frage der Priorität, die bei Menschen, die von Rassismus betroffen sind, beispielsweise auch aus den Erfahrungen des Polizeimordes an Ori Jalloh resultieren. Quellen meines Statements, Women in Exile und Tahir D. von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Von denen ist übrigens keiner bei dem Vorfall dabei gewesen, es sei denn, sie sind die mutmaßlichen Täter und wissen eher, was dort passiert sein soll. Und jetzt kommen wir zur Polizeimeldung zum offiziellen Pressebericht. Ausgehend von einer Information der Rettungsleitstelle Berlin wurde der Polizei am Donnerstag gegen 5 Uhr über die Regionalleitstelle Brandenburg ein tätlicher Angriff auf eine Person am Bahnhof in Bad Belzig gemeldet. Vor Ort konnte von den eingesetzten Rettungskräften und Polizeibeamten keine geschädigte Person festgestellt werden. Gegen 8.30 Uhr, also dreieinhalb Stunden später, wurde der Polizei erneut eine verletzte Person am Bahnhof in Bad Belzig gemeldet. In der Folge wurde der geschädigte Mann in der Rettungsleitstelle des Krankenhauses Bad Belzig angetroffen. Er wies eine Verletzung im Gesicht auf. Aus dieser Stelle hier geht für mich nicht genau eindeutig hervor, wie jetzt der tatsächliche Ablauf war. Ich habe jetzt am Wochenende versucht, die Polizei dort zu erreichen. Dort geht leider niemand ans Telefon. Ich werde es morgen noch einmal probieren und wenn dort neue Erkenntnisse auftauchen, werde ich sie im obersten angepinnten Kommentar für euch einmal veröffentlichen. Für mich liest es sich so aus diesem Text heraus, dass der Vorfall gemeldet wurde um 8.30 Uhr. Die Polizei die verletzte Person dann aber erst im Krankenhaus angetroffen hat, weil dieser möglicherweise vor der Polizei dort eingetroffen ist. Informationen zum Geschehensablauf einschließlich möglicher Hintergründe des Verletzungseintritts konnten trotz intensiver Befragungsversuche der Polizei nicht erlangt werden, da der Geschädigte weder Angaben zum Sachverhalt noch zu seiner Person machen wollte. Nach der medizinischen Erstversorgung der Verletzung verließ der Geschädigte in eigener Entscheidung das Krankenhaus. Er ließ dabei auch eine ärztliche Dokumentation des Verletzungsbildes nicht zu. Aus der Patient war auf der Intensivstation in der Notaufnahme wurde. Nach medizinischer Erstversorgung hat er das Krankenhaus nach eigenem Wunsch verlassen und es gab keine Dokumentation des Verletzungsbildes. Die Polizei nahm eine Anzeige von Amts wegen wegen des Verdachts einer Körperverletzung auf. Das heißt, wir wissen nicht einmal mehr offiziell, weder aus der Pressemitteilung noch aus den Informationen, die Herr Ferhat Kocak hier geteilte, was tatsächlich vorgefallen ist und wie es zu dieser Verletzung im Gesicht kam. Beim Verlassen des Krankenhauses beleidigte der Mann die eingesetzten Rettungskräfte, das behandelnde medizinische Personal und die eingesetzten Polizeibeamten. Das war der erste Aufenthalt um 8.30 Uhr. Beleidigung gegen das Personal, gegen die Polizei. Gegen 12 Uhr kehrte der Mann gemeinsam mit seiner Ehefrau zurück und gab an, mit der vorherigen Behandlung nicht einverstanden zu sein. Was auch immer genau damit gemeint sein soll. Möglicherweise geht es um die Bezahlung, geht es um eine Rechnung, ich weiß es nicht. Beide beleidigten und beschimpften das medizinische Personal des Krankenhauses. Der Aufforderung, die Notaufnahme des Krankenhauses zu verlassen, kamen beide zunächst nicht nach, weshalb die Polizei erneut zum Einsatz kam. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs wurde von der Polizei aufgenommen. In der Folge beleidigten und beschimpften beide auch die eingesetzten Polizeikräfte. Wegen der mehrfachen Beleidigungen sind Strafanzeigen aufgenommen worden. Auch die weiteren Kontaktversuche der Polizei zum Geschädigten verliefen hinsichtlich der Auffällung des Sachverhaltes ergebnislos, da Aussagen vollumfänglich verweigert wurden. Der Geschädigte wies aber darauf hin, dass die zur Sache erfolgten Social-Media-Meldungen nicht von ihm kämen, zudem auch Falschmeldungen seien. Eine Sache noch, eine Ergänzung noch zum Namen, und zwar kommt diese von der kamerunischen Botschaft. Sie schreiben auf ihrer Internetseite, Angriff auf einen Kameruner in Deutschland. Unser Landsmann, Epa Kivanuka Elat, wurde in der Nacht vom 24. auf den 25. April 2024 in der Ortschaft Bad Belzig Opfer eines Angriffs. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt konnte er am Nachmittag des 25. April in sein Zuhause zurückkehren. Auch das entspricht hier, wenn wir uns die Polizeienmeldung anschauen, nicht ganz der Wahrheit. Die deutschen Behörden haben Ermittlungen eingeleitet, um diesen Vorfall aufzuklären. Auch das ist nicht ganz richtig. Von Amts wegen hat man einen Verdachtsfall daraus gemacht, und eben eine Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen, obwohl nicht eindeutig hervorgeht, ob es sich überhaupt um einen Angriff handelte. Der kamerunische Botschafter in Berlin besuchte unseren Landsmann am Abend des 25. April, um ihm Trost zu spenden. Darunter sehen wir dann drei Fotos, einmal mit dem Botschafter und dem mutmaßlichen Opfer, und daneben noch, ich vermute, mit seiner Frau zusammen. Gar nichts. Nicht eine einzige Information, die bisher vorliegt, deutet auch nur im Ansatz darauf hin, dass es sich hier um einen Angriff von Neonazis gehandelt hat. Wir wissen gar nichts darüber. Was ich hingegen weiß aus meiner eigenen Erfahrung durch die Arbeit im Krankenhaus, dass solche Fälle häufiger vorkommen. Das ist jetzt nicht nur auf Schwarzafrikaner oder Nordafrikaner oder irgendjemand vom afrikanischen Kontinent bezogen, sondern grundsätzlich auf das Phänomen mit Ausländern in der Notfallmedizin. Immer wieder kommt es aufgrund von Sprachbarrieren zu erheblichen Problemen bei der medizinischen Versorgung. Aber auch ein gewisses Aggressionslevel, ein bestimmtes Aggressionspotenzial sorgt hier immer wieder für Probleme. Und auch das habe ich an anderer Stelle schon angesprochen. Wenn wir uns jetzt einmal ausrechnen, was diese Person, den deutschen Staat, den deutschen Steuerzahler, an diesem einzelnen Tag gekostet hat. Wir haben zwei Krankenhausaufenthalte. Wir haben den Rettungsdienst und die Polizei, die ursprünglich zum Bahnhof gefahren sind. Wir haben den zweiten Polizeieinsatz am Bahnhof und wir haben den zusätzlichen Polizeieinsatz, nachdem das kamerunische Ehepaar um 12 Uhr wieder in die Notaufnahme kam, um anschließend dort das Personal im großen Stile zu beleidigen. All diese Einsätze zusammengenommen, das medizinische Personal, der Aufwand, der im Krankenhaus betrieben wurde, Material, was man möglicherweise genutzt hat, all diese Kosten verursacht die unkontrollierte Einwanderung nach Deutschland. Neben den Zahlen, die wir offiziell dazu zur Verfügung haben. Und einen linken Abgeordneter aus Berlin, der hauptberuflich neben seiner Tätigkeit als Abgeordneter professionelles Opfer ist und in der deutschen Gesellschaft grundsätzlich die Täter sieht und jeder Angriff, bei dem auch nur im Ansatz irgendjemand, der im Entferntesten, was mit Migrationshintergrund zu tun hat, Opfer wird von irgendwas, all diese Dinge sind nur aufgrund der rassistischen Gesellschaft in Deutschland überhaupt erst möglich. Jeder Angriff, jeder Täter ist ein Neonazi und jeder Migrant, der hier das Opfer ist, ist immer Opfer eines rassistischen Angriffs. Ich kann es langsam wirklich nicht mehr hören. Dieses ständige Opfergetue, Opfergehabe geht mir tierisch auf den Keks. Mein Mitgefühl an dieser Stelle gilt vor allem den polizeilichen Einsatzkräften, den Rettungsdiensten und dem Personal in der Notaufnahme, die jeden Tag mit diesen Patienten, mit diesem Klientel konfrontiert sind und sich professionell darum kümmern müssen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Geduld notwendig ist, wie viel Geduld überhaupt vorhanden ist, bevor man tatsächlich zum Hörer greift und wegen einem aggressiven Patienten tatsächlich die Polizei dazu ruft. Und auch das ist nur die Spitze des Eisberges, wenn wir uns anschauen, wie viele Fälle es gibt von körperlicher Gewalt gegen medizinisches Personal. Eines der leider besten Beispiele dafür sind die Übergriffe auf Rettungsdienstpersonal in der Silvesternacht gewesen. Ich glaube, an dieser Stelle muss ich gar nicht nach eurer Meinung zu dem Thema fragen. Die wird ziemlich sicher genauso wie meine ausfallen. Lasst es mich trotzdem gerne unten in den Kommentaren wissen. Ihr wisst natürlich jede Interaktion mit dem Video, ob das eine Bewertung ist, ob das ein Kommentar ist oder auch das Teilen im Internet, steigert die Reichweite, was natürlich dann bedeutet, dass mehr Leute diese Informationen erhalten, und dass diese Videos mehr Menschen zugänglich gemacht werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr nichts verpassen wollt in Zukunft, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Beitrag wieder. Bis dahin. Macht's gut.